Macht sie und deshalb geile Sorge. Nach einer 6 Stunden Schieb... Macht sie! Ja komm! Ja! Ja, ich hab kein Visier drauf. Brauch ich aber nicht. Einen? Ich glaube 2. Oder 3. Jetzt sind es auf jeden Fall 3. Ich glaube vorhin waren es nur 2. Das hat sich eben kurz angefühlt, als wären es 4 Gegner. 1, 2, 3, 4. Ok. Na es waren 4 Gegner. Ist das die selbe Waffe? Ja. Sieht sehr ähnlich aus. Also ja. Oh. Schade. Geht nicht. Ok. Hier haben die also bewacht. Nehme ich an. Müssen wir mal hier diese 3er Helme nehmen, um äh... Auszuleuchten. Burn! Brennt! Brennt! Ok. Ok. Ich frage einfach nicht. Ich frage einfach nicht. Wieso auch? Hm. Hm. Alter. Iiii. Alter. Iiii. Alle toll mit Spingenweben. Oder Skorpionweben. Ok. Die brennen nicht. Das ist ganz komisch. Da hoch kommt man nicht, glaube ich. Aber ich dachte kurz, ich habe was gesehen. Ja. Wir sind doch Feuerbomben. Oh. Hä. Da haben sie sich ein bisschen Munition geschnappt, dass sie zurückschießen können. So schaut's aus. Weißt du was? Nee. So. Brennt! Brennt! Und am Ende ist einfach gar nichts verbrannt. Brennt! Brennt! Ich habe ein böses Gefühl. Ich glaube nämlich gar nichts ist verbrannt. Ja. Äh. Oh. Okay. Äh. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Hä? Hä? Richtig komisch. Richtig komisch gemacht. Ja. Der ist auch so komisch. Ah. Okay. Die Brandpumpe haben wir wieder. Alter. Ich habe mir ja schon überlegt, ob ich umdrehen will. Okay. Ich fahre ja wieder raus. Alter. Was hat die denn so übel zugerichtet? Mit die. Oh. Vor allem den. Die Spinnen. Wann das die Spinnen? Wo ist was wir? Nee. Das ist nix. Hi. 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 Ich dachte doch. Sieht wie der aus den wir. Okay. Hier waren wir schon. Ähm. Ja. Okay. gar nicht gruselig überhaupt nicht gruselig ja ich bin der job wer bist du ich konnte über meinen alten bekannten andere den waffenschmied einen bericht an den orten schicken zumindest wird mela wissen dass ich noch lebe dass ich den auftrag nicht abgeschlossen habe aber auch noch nicht davon zurückgetreten bin so ist es mindestens weiß es dann einer wenn er noch lebt du steckst ernsthaft in der kleine man aber ich kann dir helfen ich habe freunde die haben freunde die alles was du mir sagst an deine leute vom orten weiterleiten können jetzt musst du also nach hause zur polis zurück ja es gibt keinen direkten weg hier ist alles abgeriegelt aber ich glaube der orten hat in der nähe an der oberfläche einen außenposten die kirche in den süpfen probiere es dort wenn wir deinen leuten etwas mitteilen können dann treffen sie sich vielleicht dort mit dir okay ich genieße gerade die musik die leute flüchten von kusnetski most und aus der ganzen roten linie mhm hast du den gepanzerten zug gesehen den die roten bauern also wir haben auch etwas gebaut was dem zeigt dass die flüchtlinge uns bringen hier sie dir mal dieses baby ab oh yeah alter in sie kann man sich nur verlieben oh katharina mein liebling erst mal ablecken man kann nicht jeden retten also nimm sie wir haben noch leute in venedig wenn du dort hinkommst suchst du nach speck und sagst ihm wo du unser baby zurückgelassen hast klettere reißen älter alter katharina komm schon steig auf ja meine ich muss alle dann gucken ok ja ist gut ich nicht ich komme ja rein motor starten ja da ist die steuerung nicht perfekt aber die lichter sind erste klasse spielwanzen brauchen wir nicht zu fürchten und in den langen tunnels gibt es viele davon du musst los es ist ein langes du solltest keine zeit vergeutern hohohoho das licht alter wie viel licht ich kann nach vorne und nach hinten fahren äh äh da steht w und s aber es geht irgendwie nicht es ist zum anhalten alter wie viel licht danke dir mein freund katharina wird das schon schaukeln oh verdammt oh verdammt ah und ich kann jederzeit aussteigen oh verdammt das heißt ich kann auch alles zu fuß gehen das war ja klar das war ja klar die dinge kennen wir gar nicht oh doch das sind die skorpione ich freue mich auf den jumpscare ich fühle einen der sehr bald kommen wird ja du 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 ja mann spiel doch weiter du 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 ich hab Carina gefunden ich hab Carina gefunden mit du 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 Was? Zum Henker war das? Egal Bewah Heißt sicher Karina auf Russisch So Los geht's Schnauze Kann ich hier Strom? Nein Okay Dann nicht Schade Oh Geh mal weg hier Okay Oh ja Oh ja I know you I remember you Weißt du was? Ich hab keinen Bock auf die Scheiße Fress das So Ihr eklig genug Hier ist das nicht Man sollte All die Spinnenweben Leute Ja Ja Kommt Trä dich ja kommt redig ich sehe dich so captain hat leider nur ein medikit das wir nicht brauchen ja man ist das eklig wieso muss ich auch hier durch hätten einfach weiterfahren sollen ja komm mercedes definitiv tot das klang so richtig ich weiß auch wieso ja komm alter da doch noch einiges hin vielleicht doch nicht oh ne öh man nein 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 aus komm weg mit euch ja komm zeig dich du hässliche ja 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 gut zeig das ich hab hier 10 klappt auch ahhh viel besser hin und paar kleine okay da sind wir wieder am anfang gut ist wieder eine neue da ne oder schnauze schnauze boah man sind dinger eklig die krig hhh hhhhm danke für die munition oh ja extra ansatz kannst du nicht klagen Oh, das ist ein Schrot-Diggens. Nöp, nöp. Nein, Dankeschön. Oh. Licht. Hehehehe. Äh. Lebst du noch? Hallo? Ich, äh, glaube nicht. Okay. Lass einfach ganz schnell abhauen. Ja. Lass einfach ganz schnell. Oh, oh. Hehehehe. Nicht lustig. Nicht lustig. Okay. Äh. Kann man hier noch... Nein. Okay. Carina, ich glaube, es geht weiter. Oh, Mann. Äh. Einen Wachen vorbei. Durch den Tunnel durch und... erstmal beinahe abgeschossen worden. Ja. Aber zum Glück haben wir unseren alten Freund getroffen. Gut. Das ist doch ein... diesen vorteil so und jetzt in diesem tunnel gewesen zum glück ist das vorbei jetzt mal gucken was das andere kreuz da war auf jeden fall dank vielmals fürs zugucken und bis bald und